Hallo, hier ist Lihar zu Sonn 4 mit der Nachbrichterstattung zum Spiel FC Bayern München gegen den FC Barcelona. Champions League Viertel Finale und ist ein Spiel, wie man es lange nicht gesehen hat. Also wirklich, bleibt bis zum Ende der Nachbrichterstattung dran. Es sind Dinge passiert in diesem Spiel, ich kann es nach wie vor nicht glauben. Es fing gut an, nach vier Minuten geht Bayern in Führung durch Thomas Müller. Das war wieder so ein Ball, den nur Müller bekommen konnte, irgendwie halb hoch. Und dann kriegt Müller den noch so mit den Beinen, legt den rüber auf Lewandowski, der legt zurück in die Mitte. Müller schließt ab, 1-0 für den FC Bayern. Ich dachte schon, wow, es geht richtig gut los, ich war richtig gehypt direkt am Anfang. Aber dann kam auch schon in der siebten Minute ein richtiger Dämpfer. Und zwar ein Eigentor von Alaba, ich glaube es war eine Hereingabe von Sergio Roberto. Alaba will den Ball weggrätschen vor Suarez, schafft es auch, grätschen den Ball aber ins eigene Tor. Es sah spektakulär aus. Aber 1-1, danach hat Bayern mal richtig aufgedreht. Bass hatte danach ungefähr bis zur zwanzigsten Minute richtig gute Chancen. Und dann ging alles den Bach runter. 22. Minute, Tor durch Ivan Perisic. Links ungefähr, ein bisschen weiter entfernt vom Fünfer, aber ungefähr Fünfer-Ecke stand er. Schießt den Ball aufs Tor, der wird noch von Longley abgefälscht. Ter Stegen ist auch noch dran. Der Ball geht aber ins Tor, da kann man nichts machen. Und in der 28. Minute, also nur wenige Minuten später, erhöht Serge Gnabry auf 3-1. Und da dachte ich schon, okay, wow, jetzt geht es aber richtig los. Drei Tore in der ersten Halbzeit. Und das nach nicht mal 30 Minuten. Das geht richtig ab, dieses Spiel. Aber es wurde noch besser. Denn in der 31. Minute hat es nochmal Gemüller. Thomas Müller mit seinem zweiten Tor des Abends. Ich glaube, das war ein Kopfballtor. Und so steht es 4-1 zur Halbzeit. Und das ist natürlich ein Ergebnis, mit dem rechnet keiner. Barcelona hat keine Leute gefehlt. Mit einer top, frischen Mannschaft Barcelona. Gegen eine Bayern-Mannschaft, die noch kein Champions League spielt, verloren hat dieses Jahr. Die sehr souverän spielt. Aber dass die Barca zur Halbzeit schon so überrollen mit 4-1. Ich glaube, daran hat tatsächlich niemand geglaubt. In der zweiten Halbzeit erzieht Barca den Anschlusstreffer. 57. Mitte Louis Suarez. Das war tatsächlich ein gutes Tor. Es war ein Suarez-Dribbling am Strafraum. Hat er den Ball auf rechts. Macht einen Schuss, findet einen Fake-Shot. Einen Schuss antäuschen, wie auch immer man es nennen will. Boateng fällt voll drauf ein. Er zieht vorbei und läuft dann relativ frei aufs Tor zu und verwandelt den. Da wurde es dann 4-2. Da hat man kurz ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt wird es nochmal ein bisschen enger. Barca hat nochmal ein paar mehr Chancen gehabt. Aber 63. Minute. Joshua Kimmich, 4-1. 5-1, Entschuldigung. Ne, 5-2. So rum, 2-5. Jetzt habe ich es. Nach einem geisteskrank guten Dribbling von Davis. Da hat Davis echt Semedo Cocklet Hops genommen, kann man so sagen. Spielt den Ball in die Mitte. Kimmich muss innerhalb des Fünbers noch einschenken. Das war ganz einfach. Der Albtraum für Barcelona hatte noch kein Ende. Denn Robert Lewandowski trifft noch in der 82. Minute. Kopfballtor. Ich hatte in meinem Livestream vorhin gesagt, Lewandowski trifft safe. Ich hatte eine Abschwung gemacht, irgendwie zwölf Leute oder so hatten dafür gestimmt und nur vier dagegen oder so oder drei. Dass Lewandowski trifft. Er hatte vorher schon Abseits zu erzielt. Jetzt trifft er per Kopfball nach Vorlage von niemand Geringerem als dem eingewechselten Filippo Coutinho. Welcher auch noch treffen sollte. In der 85. Minute Coutinho mit dem, ähm, zu dem Zeitpunkt 2 zu 7. Und das ist schon echt hart. Wenn man als Barcelona mit 2 zu 7 verliert, das ist hart. Aber es kam noch besser. Denn Coutinho erzieht auch noch das 8 zu 2 oder 2 zu 8 aus der Sicht von Barcelona in der 89. Minute. Und macht dann hier so ein, ah, ich jubel nicht. Ist natürlich lächerlich, meiner Meinung nach so ein Jubel. Aber es sind Dinge passiert. Es ist geisteskrank. Barcelona verliert also 2 zu 8 im Champions-League-Viertelfinale. Historische Niederlage. Ich kann es noch nicht ganz mit glauben, dass sie wirklich so hoch verlieren. Aber, ja. Könnt ihr mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben. Ich bin tatsächlich sehr geschockt, dass es so rausgegangen ist. Das war es von mir. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abloh den Kanal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.